Kraft Seitdem es Menschen gibt, geht es immer darum, Kräfte aufzubauen, um sich zu schützen, um zu fliehen oder um zu kämpfen. Kraft hat eigentlich immer fasziniert. Das war im alten Rom, Gladiatorenkämpfe. Kraft fasziniert. Ich denke, die Faszination mit Kraft ist etwas, das in den menschlichen Mensch. Kraft wächst einfach aus der Überzeugung heraus, dass man denkt, dass man etwas, was man für wertvoll hält, auch erreichen kann. Sie hatten die erste Welt-Strong-If-Man-Kompetition in 1977. Und ich sagte zu ihnen, warum nicht in die Kompetition gehen, weil die meisten Leute nicht wissen, wie stark ich bin. Wenn man ständig hört, was man nicht schaffen kann, fängt man dann irgendwann dran zu glauben und denkt, dann wird es vielleicht auch gar nicht möglich sein. Wenn man sich selbst limitiert wird, was man denkt, ist unmöglich. Wenn man denkt, dass man stark ist, dann bist du. Der erste Kampf wird im Kopf gewonnen, beim Wettkampf immer. Für mich ist es einfach wichtig, jeden Tag ins Leben zu gehen und mich selber zu schlagen. Ich möchte heute ein besserer Patrick sein, als ich gestern war. Je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich realisiert, dass man doch für seine Träume hart arbeiten und kämpfen muss. Es hat viel mit dem Geist. Es hat viel mit dem Geist. Es hat sich mit dem Geist. Es geht, es hat sich Gary-Joschen gewinnt uns und richtig gewinnt uns. Es hat sich gehört, dass du durch das Buch nicht gestern war. Es hat sich die Welt angeboten. Es hat mich für den Wettbewerben. Es hat sich das Gefühl, ihm schmeckt. Er Inspiriert die Menschen zu gehen. 他們 zu Ende der Kennegelung. Wenn man mit dem Geist und dem Geist, Ich glaube, er hat es in ihm, um es zu tun. Für mich ist es wichtig, irgendwann mal in dem, was ich mir da eben ausgesucht habe, der Beste zu sein, den es überhaupt gibt. Das heißt eben, dass ich mir irgendwann mal den Weltrekord holen werde. Ich denke, er hat es in ihm, um es zu tun. Ultimately, was wichtig ist, ist, wenn Patrick denkt, es ist möglich. Und wenn er das macht, dann wird er erfolgt. Dem traue ich alles zu. Ich glaube, das fasziniert uns bis heute, dass der Mensch in der Lage ist, eigentlich auch über sich hinauszuwachsen.